Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2. Im letzten Teil mussten wir uns Sternteile fahren am Ende. Im letzten Teil des Partes mussten wir uns hier Sternteile fahren deshalb sind wir auch in Welt 6 wieder. Also gehen wir mal wieder zurück wo wir waren. So wir hatten ja den intergalaktischen Posten an den Netzen abgeschlossen und den Kometen von Tromatonado. Jetzt gehen wir 2000 Sternteile an diesen verfressenen Kometen 2.000 Leute. Das ist verfressen. Das muss auch eine schwere Galaxie sein, weil sonst würde der nicht so viel verlangen. So, jetzt brauchen wir eigentlich keine Sternteil mehr. Wie gesagt, nachdem man das erste Mal 1999 gesammelt hat, erscheint der Komet danach immer direkt bei der letzten Galaxie. Und noch Helden, das ist diese Galaxie. Die mag ich nicht so. Vor allem, wir müssen Piks teilen. Das sind jetzt die Bodenplatten, die aus den Wänden kommen. Meine Güte hier. Haben wir hier wenigstens Safe Points? Ja. Das ist mein Safe Point. Ja. 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 Okay, wir stellen uns richtig gut an. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie soll man das bitte anstellen? 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 Ja, das war's. wir haben 5 minuten ihr seht schon, das ist nicht leicht vor allem, wenn man mit dem Zeitdruck steht ach ne, hier konnte ich es doch nicht teilen da konnte ich doch das letzte nicht teilen nein füch gott Da-dum. 3,29. Das könnten wir noch schaffen. Wieso kann ich nicht die Zeit bei den Bossen erst weitergehen? Die waren so schwer. Oh, ja, ja, ja. Komm schon, gibt mir zwei. Drei Minuten. Komm, mach hin. Jetzt kommt die schwere Phase. Boah, die war auch nicht wirklich schwer. Komm, noch zwei Minuten 40. Das ist nicht wirklich schwer. Gut, man muss halt auf die Zeit achten. Der Zwischenplanet. 1 Minute 50. Na ja. 1 Minute 50. 1 Minute 50. 1 Minute 50. 1 Minute 50. 3 Minute 50. 2 Minute 50. 1 Minute 50. Das war Glück. Ja mit dem Stern. Und das hat auch noch mein Bild auf. Und dann ist es nur noch Pause. Was ich aufs Bild noch ein werde. Chaos. Nee oder. Schaden Mario. Hallo. Wenn ich schon das Wort Chaos höre. Oder sehe. Dann weiß ich das was Schaden Mario ist. Und hier war ein Gründstern drin wie der Komet. Der ist nicht ganz so einfach. Ach. Maluschen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020